Der Harz! Der Harz! Ja, wir waren ja viel unterwegs und haben viele Regionen in Deutschland gesehen. Es gibt schöne Regionen in Deutschland. Die schönste ist immer noch meistens ja da, wo man wirklich aufgewachsen ist. Das ist hier die Harz-Region. Ja, was haben wir hier? Wir haben wirtschaftlich derzeit eine super Lage. Du kannst überall, wo du horchst, einen Job bekommen. Also man kann natürlich im Harz, außer der Natur und den Leuten, die ja so ein bisschen herzhaft rau sind, kann man im Harz schon ziemlich viel abgewinnen. Der Harz ist schon attraktiv, auch für junge Leute. Denn ja, man sieht ja, wir haben ein paar Sachen, wo man sich austoben kann und richtig schön Adrenalin tanken kann. Also für die Leute, die meinen, dass er im Harz verschlafen wäre, die sollen einfach mal herkommen und hier was machen. Und dann werden sie schon sehen, wie zügig das hier vorangehen kann. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.